Heute sprechen wir über Flamingo Hotel Oludeniz für Sterne, Türkei Oludeniz. Freunde, ich begrüße euch auf meinem Kanal. Meine Übersichten sind wie immer kurz und informativ und ihr könnt immer Fragen in den Kommentaren stellen. Das Hotel liegt 15 Kilometer vom Zentrum der Stadt Fethiye entfernt. Der Flughafen in Dalaman ist 50 Kilometer vom Hotel entfernt. Das Flamingo Hotel ist im Stil des indonesischen Bali erbaut. Das Merkmal des Hotels sind Papageien, die nach dem Abendessen um die Bar herumlaufen, mit den Gästen sprechen und sie morgens beim Frühstück begrüßen. Das Hotel ist sehr ruhig für einen Familien- und Erholungsurlaub. Es gibt keine Animation. Der Pool in der Nähe der Bar ist aktiver, aber im Allgemeinen ist das Flamingo Hotel ein Stück Paradies. Das Hotel hat ein gutes Frühstück. Es gibt Obst. Omelette und Pfannkuchen werden öffentlich zubereitet. Es gibt eine große Auswahl an Gemüse und Käse. Also alles, was man braucht. Es gab nur keine Croissants. Für Kinder gibt es im Hotel leider nichts, darum kann ich es nur Paaren empfehlen, die ohne Kinder reisen. In den Zimmern ist alles Standard. Es gibt einen Safe, eine Minibar, die nur mit Wasser aufgefüllt wird und ein Tee-Set. Die Mahlzeiten im Hotel erfolgen nach dem System Frühstück und Abendessen, Büffet. Von Getränken Wasser, Tee, Kaffee beim Frühstück kostenlos. Zum Abendessen und zu jeder anderen Zeit sind alle Getränke kostenpflichtig. Es gibt ein A la carte Restaurant mit kostenpflichtigem Eintritt. Alle Bars sind gegen Aufpreis verfügbar. Das Hotel verfügt über einen Aussenpool und einen schildkrötenförmigen Terrassenpool. Es gibt ein Wellnesszentrum, sie arbeiten von Bali aus. Und es gibt auch einen privaten Pool, in dem sich nur Gäste des Bungalows entspannen können. Ein öffentlicher Kiesstrand mit kostenpflichtigen Liegestühlen und Sonnenschirmen ist 900 Meter vom Hotel entfernt. Es gibt eine Bushaltestelle in der Nähe des Hotels, 10 Minuten zum Meer. Freunde, danke für die Likes. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Es gibt noch viele interessante und nützliche Übersichten.